So, da sieht man ja unser Stadionheft, Anpfiff heißt es, und da kommen immer die aktuelle News drinnen. Gerade heute Stefan Fischer mit fatalem Fehler. Landschaftsgärtner Stefan Fischer wollte einen Abfallbaum umenden. Dabei passierte ihm ein Mistgeschick und er hat den Baum vergeht. Jochen Umut unter den Versagern. Jochen Muffi Umut sieht es in letzter Zeit nach eigenen Angaben vor, ein Versager zu sein. Er hasst die komplette Welt. Und dann Duden Schultheis FC Alps. Die Redaktion hat es nun aufgegeben. Nach mehrmaligen Hinweisen weigert sich Andy Schultheis immer noch, seinen Einhänger Schwäbisch aufzugeben. Um ihn doch verstehen zu können, haben wir nun ein paar seiner Wörter übersetzt. Ja Gott, ich habe gerade auch gesagt, im Leshaus ist es ja noch nie so geht. Der Bahnhof soll so viel wie Bahnhof heißen oder angesächst, angesächst. Das ist halt ein komisches Schwäbisch, wenn er hat es gehört. Ja und da haben wir einen so einen, einen so einen Böschter. Jürghoff Kaltschuk. Oh, der geht mal geil. Ja gut, das ist ja schön, das ist der Abend. Hey, das habe ich schon gesagt, hast du schon gelesen, die Übersetzung gehen? Oh, da muss ich ja. Das ist ja immer recht interessant, dir zum Lesen. Dorni. Findest du, ich finde das ja gut, das sag doch. Bis dann. Mit auf den Bahnhof.